Hi und herzlich willkommen bei Stay Geeky. Mein Name ist Dennis Matthias und heute muss ich auch ein bisschen zur Seite rutschen, denn ich habe dir was Großes mitgebracht. Dice Throne, sowohl die Season 1 als auch die Season 2. Dice Throne ist ein Spiel für zwei bis sechs Spieler, spielt sich aber regulär am besten als Zwei-Spieler-Spiel für Spieler im Alter von acht Jahren oder darüber mit einer Spieldauer von 30 Minuten von Rockslay Games. Bei Dice Throne geht es darum, dass wir einen von 16 verschiedenen Charakteren verkörpern und versuchen den Gegenspiel auf null Lebenspunkte zu reduzieren. Das machen wir mit einer Art Kniffel-Würfel-Mechanismus. Ich zeig dir einmal, wie man das spielt. Für diese Vorstellungsrunde von Dice Throne haben wir einmal den Ganslinger ausgewählt. In jeder Season von Dice Throne sind acht Charaktere enthalten. Es gibt zwei Seasons, also insgesamt gibt es 16 Charaktere und das Spielmaterial ist wirklich bombastisch. Man hat individuelle Würfel, ein Lebenspunkte-Zähler, ein Zähler für die Combat Points, so ein Spielbrett, was sich hier auch falten lässt, ein Bogen, wo die Sonderregeln erklärt sind, spezielle Marken, ein eigenes Kartendeck. Ihr könnt das ja anhand der Handschüsse noch einmal anschauen, dass jeder Charakter kommt auch in so einer eigenen Box. Und dann haben wir hier, wie gesagt, einmal den Spielerbogen. Dann haben wir hier den Bogen mit den Regeln. Und hier auch noch mal Hintergrundgeschichte, eine Angabe für die Komplexität, häufig gestellte Fragen, FQ direkt dabei. Und wie gesagt, die Custom Die. Und hier gibt es dann auch für den Vertrauten der Huntress ebenfalls noch einmal einen Die. Also, Produktionsqualität wirklich bombastisch. Okay, bei Dice Throne geht es darum, dass wir für gewöhnlich einen Kampf eins gegen eins haben. Es gibt auch Regeln für Mehrspielerspiel, ist aber eher die Ausnahme. Und jeder wählt einen dieser Charaktere. Und man muss den gegnerischen Charakter auf null Lebenspunkte reduzieren. Jeder Charakter startet mit 50 Leben. Zwei Combat Points. Diese Combat Points sind praktisch die Ressource im Spiel, mit denen wir Karten spielen können. Jeder Spieler zieht zu Beginn vier Karten von seinem Deck. Das ist dann die Starthand. Jeder Spieler hat fünf Würfel und im Prinzip funktioniert das Spiel wie Kniffel. Man darf diese Würfel dreimal insgesamt würfeln. Nachdem man einmal gewürfelt hat, nimmt man eine beliebige Anzahl Würfel raus, würfelt die anderen gegebenenfalls neu und hat dann nachher seinen finalen Wurf. Wir können dann diese Augenzahlen bzw. die Seiten der Würfel benutzen, um hier verschiedene Fähigkeiten zu aktivieren. Zum Beispiel brauchen wir eine kleine Straße, eine große Straße, vier gleiche und so weiter. Es gibt auch passive Fähigkeiten. Die hat zum Beispiel unser Ganzlinger komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Und jeder Charakter spielt sich wirklich absolut individuell. Deswegen hat jeder Charakter auch eigene Aktionsfelder und hier auch diesen Bogen mit den Spezialfähigkeiten. Und die sind wirklich für jeden Charakter komplett unterschiedlich. Spielen wir einfach mal so eine Runde durch. In der ersten Phase, in der Upkeep Phase, werden eventuell spezielle Effekte des Charakters ausgelöst. Im Falle dieses Ganzlingers kriegen wir so ein Reload-Token. Mit diesem Reload-Token können wir, wenn wir eine erfolgreiche offensive Attacke durchgeführt haben, diesen Token abwerfen, anschließend nochmal einen Würfel werfen, nochmal zusätzlichen Schaden machen, zeige ich gleich. So, dann haben wir die Income Phase. Da ziehen wir eine zusätzliche Karte für unsere Hand und bekommen noch einen Combat-Point dazu. Wir haben jetzt also drei Combat-Points. Schauen wir uns mal unsere Kartenhand an. Also, als Beispiel können wir mit dieser Karte einen Gegner zwingen, einen Würfel neu zu würfeln. Wir haben hier die Kostenanzahl. Das heißt, wir müssen ein Combat-Point ausgeben, um diese Karte zu spielen. Geben wir zwei Combat-Points aus, dürfen wir drei Karten ziehen. Das ist eine Verbesserungskarte. Geben wir zwei Combat-Points aus, so können wir eine unserer Fähigkeiten, in diesem Fall Deadeye, verbessern. In diesem Fall würde hier Deadeye beispielsweise zwei Schaden mehr verursachen und wir haben noch ein zusätzliches Aktionsfeld, was wir freischalten würden. Und mit Six It dürfen wir eine Augenzahl von einem Würfel auf sechs ändern. Und hier dürfen wir den Wert von zwei Würfeln beliebig tauschen. Wir geben jetzt einmal zwei Combat-Points aus und verbessern Deadeye direkt auf Level 2. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Fähigkeit von Level 1 auf Level 2 zu erhöhen. Da muss man nur die Differenz der Combat-Points bezahlen. So haben wir es jetzt direkt auf Level 2 erhöht, müssen also die zwei Combat-Points voll bezahlen. So, jetzt kommen wir zu der Offensivphase. Wir würfeln unsere Würfel. Jetzt hätten wir hier beispielsweise direkt schon ein Full House und könnten Take Cover wählen. Damit würden wir ein Evasive-Token bekommen, könnten also potenziell einen Angriff ausweichen und würden fünf Schaden verursachen. Das nehmen wir einmal direkt, nehmen also diesen Evasive-Token zu uns, verursachen dem Gegner fünf Schaden. Jetzt könnten wir noch unseren Reload-Token benutzen und dürfen noch einen Würfel würfeln. Und die Augenzahl halbiert, aufgerundet, fügen wir noch zusätzlicher Schaden zu, machen also insgesamt in diesem Fall sieben Punkte Schaden. Es gibt verschiedene Schadenstypen. Es gibt ganz normalen, verteidigbaren Schaden. Dann darf der Gegner seinen Verteidigungswurf durchführen. Es gibt auch Schaden, wie hier zum Beispiel bei Bounty Hunter, das ist dann nicht verteidigbar. Das heißt, dieser Schaden geht durch, ohne dass der Gegner seinen Verteidigungswürfel zur Verfügung hat. In unserem Fall wird unser Gegner uns jetzt angreifen, wird uns Schaden durchzufügen. Und wir könnten verteidigen, dürfen wir einen Würfel würfeln. Und unsere Regel sagt, unser Gegner muss ebenfalls würfeln. Ist unser Wert höher als der des Gegners, dürfen wir wählen, entweder drei Schaden zu verursachen oder die Hälfte des Schadens aufgerundet zu vermeiden. Ist der Würfelwurf des Gegners höher, machen wir immerhin einen Punkt Schaden. Und das ist es im Prinzip schon. Wie gesagt, es ist abhängig von den Sonderfähigkeiten des Charakters. Mit diesem Invasive-Token beispielsweise würden wir Schaden bekommen, dürfen wir den abwerfen. An Würfel würfeln hätten wir eine Eins oder Zwei. Wie in diesem Fall bekommen wir gar keinen Schaden. Wir werden dann ausgewichen. Wir haben einen Knockdown-Marker, das machen wir mit diesem Deadeye. Damit wird der Gegner niedergeschlagen. Er muss dann zwei Combat-Points bezahlen, um überhaupt wieder aufstehen zu können. Oder aber er muss auf seine Runde verzichten. Beziehungsweise auf seine Offensivphase. Wir können noch ein Kopfgeld aussetzen. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Kopfgeld aussetzen auf unseren Gegner und wir machen einen erfolgreichen Angriffswurf, wird der Schaden über um eins erhöht und wir bekommen einen Combat-Point. So wird das Spiel fortgesetzt, bis wie gesagt ein Charakter auf null Lebenspunkte reduziert ist und der andere Spieler ist dann entsprechend der Sieger. So, das ist Dice Throne. Fangen wir vielleicht einmal mit der Produktionsqualität an. Die ist nämlich wirklich top-notch. Also Spielmaterial ist wirklich der absolute Hammer. Jeder Charakter kommt in einer eigenen individuellen Box. Ein eigenes Spielbrett, individuellen Würfel, Custom Dice, mit einem Dial für die Lebenspunkte, mit einem Dial für die Combat-Points, mit einem eigenen Kartendeck. Wirklich grandios gemacht. Die Illustrationen sind unheimlich schön. Also das Spiel ist richtig toll anzusehen. Ja, das Spiel an sich ist natürlich sehr seicht. Also es ist ein einfaches Spiel, am besten so als Filler geeignet für zwischendurch. Sehr anspruchsvoll ist es jetzt nicht. Also man würfelt seine Würfel, guckt im Prinzip, was dabei rauskommt, führt die Fähigkeit aus. Schön ist natürlich, dass jeder Charakter sich hier wirklich individuell spielt, eigene Fähigkeiten hat, eigenes Spielmaterial hat, eigene Token und so weiter. Also die Abwechslung der Wiederspielwert ist bombastisch. Also mit den 16 Charakteren, das unterscheidet sich wirklich sehr. Aber man hat einfach so gut wie keine strategische und auch gar nicht so viele taktische Möglichkeiten. Denn ich habe gar nicht die Möglichkeit zu planen, wie ich meinen Charakter aufbauen möchte. Ich muss einfach gucken, welche Karten ich ziehe und da kann ich mich entscheiden, welche von denen möchte ich letztendlich spielen. Das Aufwerten der Fähigkeiten ist jetzt auch nicht so bombastisch. Also meistens ist es so, dass dann eine Fähigkeit ein bisschen verstärkt wird, man mehr Schaden verursacht. Was es primär bringt, ist, dass man gegebenenfalls noch eine weitere Kombination an Würfelfähigkeiten bekommt und hier dann eben halt noch andere Effekte auslösen kann. Ja, und ansonsten die einzige taktische Möglichkeit, die da eigentlich bleibt, das ist halt das Ressourcenmanagement mit den Karten. Welche von diesen Karten möchte ich spielen? Entweder als Aktionskarte oder als Aufwertungskarte. Welche möchte ich davon abwerfen, um gegebenenfalls weitere Combat Points zu bekommen? Ja, und ansonsten ist natürlich alles abhängig von meinem Würfelwurf. Von daher ist Dice Throne wirklich ein amüsantes und schönes Spiel für zwischendurch. Ich möchte das gar nicht zu sehr abwerten, aber es gibt natürlich wenig spielerische Tiefe. Das ist einfach zwischendurch mal auspacken, auf den Tisch packen, ein paar Würfel würfeln und einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Von daher amüsant für zwischendurch, 6 von 10 Punkten für Dice Throne. Ich hoffe, dir hat die Spielerezension gefallen und auch geholfen. Da sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin. Stay geeky. Ciao. Ciao.